Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen der hochschulöffentlichen Vortragsreihe Europa-Gespräche des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim spricht am 4. Juni 2018 Kollege Helmut Müller-Ehenbergs, Odenze, zum Thema die Hauptverwaltung A, Gedankenstrich DDR-Spionage in Europa. Also, alle sind herzlich eingeladen, 4. Juni 2018, 18.00 Uhr CT, 18.15 Uhr im Riedelsaal. Es geht um die Auslandsspionage der DDR.